und heute geht es mal wieder um das ding hier ja offensichtlichen saugroboter und der wird uns jetzt so ein zwei folgen begleiten mit dem habe ich ein bisschen was vor in dem video hier da soll es erstmal darum gehen was ist denn überhaupt in so einem saugroboter verbaut weil ich glaube beim letzten habe ich das nicht so wirklich erklärt das heißt mal so grob drüber gucken was wir denn haben und dann wie man hier dieses modell das ist ein rumba 605 denn auseinandernehmen kann und was da so alles drin steckt an sachen die man warten tauschen und so weiter soll im zweiten video was dann irgendwann noch kommt mit glück ist es oben verlinkt da geht es dann um den erwartungsanschluss und was man dafür spaß haben kann denn ja da hat der hersteller uns ein paar möglichkeiten gegeben die gar nicht so schlecht sind so aber fangen wir mal an was haben eigentlich wie funktioniert das und was muss man denn da beachten prinzipiell gilt natürlich viele hersteller haben viele sachen das heißt also je nachdem was ihr für ein modell habt für ein hersteller habt können die sachen ein bisschen unterschiedlich aussehen aber die meisten die ich erkläre sollten bei fast allen da sein die meisten systeme bestehen aus zwei teilen einmal den roboter selber der durch die gegend fährt und sauber macht und meistens hat man auch noch so eine basis station dabei entweder wie hier in dem fall als reine ladestation teilweise gibt sie aber auch die dann automatisch zum beispiel den staubbeutel leeren oder bei modellen die auch putzen können dann wasser nachfüllen und ähnliches die ladestation meistens nicht viel zu zu sagen es gibt irgendwo lade kontakte die dann eine verbindung zum roboter herstellen bei link leeren können gibt es dann auch irgendwelche löscher mit dichtungen die dann zum roboter auch hingehen und häufig gibt es irgendeine form von beacon obendrauf das heißt etwas was zum beispiel infrarot dicht ausstrahlt so dass der roboter das ding auch wiederfinden kann bei ganz neuen modellen eventuell nicht mehr immer vorhanden die können auch teilweise optisch allein navigieren aber häufig hat man es noch soll sicherheit mit dabei die roboter selber sind meistens rund gestaltet einfach weil das ein bisschen so die programmierung und navigation und ecken und so weiter einfacher macht und sie haben ein klar definiertes vorne und hinten hinten da finden wir üblicherweise den auffangbehälter wo der ganze dreck reinkommt eventuell auch andere sachen wie zum beispiel wasser und so weiter und vorne haben wir da meistens navigations zeugs wenn wir das ding umdrehen haben wir schon ein bisschen mehr was wir sehen können wir haben einmal die eigentlichen bürsten die tatsächlich dann den staubsauger betrieb machen das heißt also da wird ein geringes vakuum erstellt die bürsten die saugen dann oder eher bürsten den dreck noch mal nach oben dass er einfacher aufgenommen werden kann in jedem fall sind es zwei bürsten wir haben einmal hier diese gummilippe und dahinter die klassische bürste mit so haaren die gummilippen die sind besonders interessant wenn man viel mit haaren oder ähnlichem zu tun hat zum beispiel wenn man haustiere hat funktionieren die meistens besser für den antrieb gibt es üblicherweise zwei räder eins links und eins rechts und je nachdem wie man die ansteuert vorwärts rückwärts unterschiedliche geschwindigkeiten kann man damit dann sogar lenken meistens gibt es dazu dann auch noch vorne so eine rolle die hat keinerlei antrieb die ist einfach nur dass das ding halbwegs gerade steht auch mit dabei ist eine seitliche bürste die ist wichtig für zum beispiel wenn man eine wand vorbeifährt oder wenn man ecken putzen möchte die dreht sich nämlich so dass von der seite der dreck nach innen befördert wird einfach in den bereich wo dann nicht nur die antriebssitz sondern tatsächlich auch das bürsten modul und das dann den dreck da aufnehmen kann der rest ist sehr unterschiedlich ladekontakte hatten wir ja schon gesagt dass das ding laden kann in jedem fall gibt es noch diese vier kommigen fenster hier das sind abgrundsensoren das ding fährt ja üblicherweise vorwärts und wenn die hier erkennen dass unter dem sensor plötzlich kein boden mehr ist weil es beispielsweise gerade auf eine treppe zufährt denn ja entscheidet er sich doch okay wir fahren da mal außen rum und fange nicht an hier harakiri die treppe runter zu machen nicht ganz so gut zu sehen das ist die vorderseite die ist auch bei vielen modellen unterschiedlich aufgebaut was fast alle haben das ist ein bumper das heißt also hier der ganze vordere bereich der kann sich eindrücken und wenn er eingedrückt wird weil das ding zum beispiel ein wogegen fährt auch dann merkt er ich glaube ich mache was falsch ich leg mal den rückwärtsgang ein und fahr woanders lang meistens gibt es zusätzlich zum bumper auch noch eine optische erkennung hier in dem fall müssten da infrarot abstandssensoren drin sein das heißt wenn die was erkennen dann fährt das ding nicht mit voller geschwindigkeit gegen euren fuß sondern der bremst halt schon vorher ab und versucht halt schon das ding da zu umgehen einige modelle die haben dann auch vorne zum beispiel kameras drin und machen das ganze über her buzzword wow ki eigentlich objekterkennung einfach nur aber ki verkauft sich halt besser und was wir in dem fall auch noch haben das ist hier oben dieses hütchen des der hersteller hier der nennt das den room confinement sensor in dem fall hier ist das einfach nur ein relativ dummer sensor der erkennt ob irgendwo ich glaube infrarot licht ist es herkommt das wird genutzt um zum beispiel die ladestation zu finden oder hier gab es auch kleine kästen die man als virtuelle wand irgendwo in den raum stellen konnte dafür wird das genutzt neuere modelle haben entweder das ganze auch über die kamera gelöst oder sie nutzen ein leider wie mein anderer wo dann tatsächlich so eine abstandsmessung zu allen seiten durchgeführt wird was ein bisschen zuverlässiger ist als sich einfach nur auf die paar sachen zu verlassen die wir jetzt hier haben navigationstechnisch gibt es noch eine sache die wir vielleicht nicht gesehen haben und zwar diese räder eventuell gesehen die stehen sehr weit hoch die sind federgelagert und wenn wir mal hinhören da ist auch ein schalter drin und der wird auch noch benutzt wenn irgendwie eins von den rädern kontakt zum boden verliert dann weiß er hier stimmt was nicht zum beispiel weil er irgendwo runter gefahren ist oder weil er hoch gehoben wurde und in dem fall hält er halt komplett an und geht da in einen hilfe hilfe ich komme nicht weiter modus das einzige was man so im täglichen betrieb noch auseinander nehmen muss das ist der auffangbehälter hinten da muss logischerweise der staub ab und zu mal raus was allerdings da häufig auch drin ist das ist ein filter in dem fall hier ist das dieses teil hier der sorgt dafür dass der staub den wir einsaugen da drin bleibt und nicht entweder durch den motor geht oder gar hinten wieder raus gepustet wird die sollte man auch sehr häufig reinigen und gegebenenfalls ersetzen sonst geht die saugleistung da massiv runter hier bei dem modell sieht man auch schön dass hinter dem filter direkt in dieser auffangbehälter der motor sitzt der saugmotor bei anderen modellen ist das nicht unbedingt der fall da hat man dann eine dichtung zur seite und der motor sitzt dann irgendwo im gehäuse allgemein sollte man diese dichtungen auch ein bisschen im auge behalten wenn die zu schlecht werden senkt das natürlich auch die saugleistung ist das jetzt das einzige was man sauber machen sollte nee natürlich nicht was man natürlich auch regelmäßig sauber machen sollte sind die bürsten in dem fall gibt es diese gelben clips damit kann man den rahmen hochholen und dann die beiden bürsten rausholen und da separat reinigen wie natürlich die halterung auch da können sich halt schon mal haare drum wickeln wenn ihr irgendwen habt der längere haare hat oder natürlich größere objekte drin verfangen ist allerdings nicht das einzige was man sauber machen sollte was wir auch noch haben ist diese seitliche bürste vorne da ist zwar jetzt nicht viel was man tatsächlich reinigen könnte aber man kann sie abschrauben und ersetzen wenn die halt schon komplett krumm ist wie hier dann ist das natürlich nicht gut für die saugleistung das sieht man sehr gut daran dass dann ecken oder bereiche an wänden nicht mehr hundert prozent sauber werden wenn das der fall ist sollte man die hier eventuell ersetzen und was man auch noch regelmäßig sauber machen sollte was vielleicht nicht jeder auf dem schirm hat wenn es hier so eine rolle gibt die nachläuft die kann man da raus ziehen vorne üblicherweise und meistens auch noch weiter auseinander bauen und wir sehen jetzt hier ja schon ja hier ist eine menge dreck drin das ist eventuell nicht so gut ansonsten natürlich allgemein staubwischen ja man muss staubwischen beim staubsauger wenn diese optischen sensoren wie zum beispiel die absturz sensoren oder vorne die sensoren irgendwie komplett zugesaut sind dann kann er natürlich nichts mehr sinnvoll erkennen und fängt dann plötzlich an seltsame dinge zu tun die man nicht haben möchte soweit zu den sachen die man normalerweise warten soll würde ich sagen wir gehen mal über zu den sachen die man normalerweise nicht zerlegen soll aber das hat uns ja noch nie davon abgehalten also arbeiten wir uns mal ins innere vor speziell bei hier dem modell wenn wir uns die unterseite angucken dann wissen wir ja schon ja wir können die seitenbürste abnehmen wir können vorne das rad abnehmen wir können die rollen raus nehmen und den staubbehälter aber was fällt uns noch auf ne ja überraschung da sind ein paar schrauben was könnte man damit wohl machen insbesondere weil halt feile dran sind ja das ist halt schritt nummer eins um da was zu zerlegen damit kriegen wir die untere platte abgehoben wenn wir das machen dann haben wir wieder zugang zu einem teil wo man eventuell mal dran muss und zwar das ding in der mitte das ist nämlich der akku in hier dem fall da ist das noch ein imh akku das heißt also nix lithiumionen prinzipiell sie halten meistens ganz gut durch aber wenn ihr merkt dass irgendwie das ding nur noch ein paar minuten fährt und dann wieder auf gibt dann kann man hier diesen akku auch separat tauschen in jedem fall liegt er einfach nur lose drin üblicherweise sind sie entweder wie hier mit federn oder sind mit einem stecker dran aber auf jeden fall fast immer recht einfach rauszuholen und zu ersetzen wenn wir das dann haben dann gibt es hier bei dem blauen teil auch noch ein paar schrauben vier stück an der zahl damit kann man hinten diesen bürsten behälter rausnehmen da sitzt auch der motor für die bürsten drin das heißt wenn sich die bürsten gar nicht mehr drehen ist dass das teil was man mal beobachten sollte bei jedem modell ist es unten wie wir sehen können mit so einem steckverbinder da drin das heißt also den kann man einfach so rausheben und dann passt das schon ebenfalls verschraubt ist hier vorne der motor von der seitenbürste und die schrauben rausholen dann haben wir hier auch den motor auch der wieder nur mit federn keine stecker die man ausstecken muss einfach nur rausheben passt schon sich also vorne die seitenbürste nicht dreht ist dass hier das bauteil was man haben möchte direkt darüber sehen wir dann wieder schrauben wozu könnten die wohl gehören das sind unsere antriebs rollen die sind ja auch komplett gesteckt und man kann diese räder einzeln tauschen so irgendwie man eine seite streikt und man natürlich an die ersatzteile kommt das ist ja immer so ein kleines problem dann könnte man aber auch die hier relativ simpel auswechseln weiter geht es dann auf der oberseite da haben wir ja so einen weißen deckel drauf der ist nur geklippt das heißt also wenn man da einmal beherzt zugreift dann kann man entsprechend das ding da rausholen und nach oben abziehen drunter finden sich dann ein paar sachen die einem schon mal helfen können vorne dieses runde teil was wir sehen da ist bei manchen modellen der griff drin das heißt also wenn man ein modell mit griff hat kann man da dann drankommen oder wenn man was passendes sich selber bauen möchte kann man hier einen griff dran bauen und rechts dieses ding was ein bisschen wie es video aussieht für die älteren unter euch das ist der rumba service port da gibt es auch online eine komplette beschreibung das ist auch das wo wir uns in der nächsten folge mit beschäftigen wollen oder eventuell so einen kleinen preview am ende von hier dem video bekommen denn ich habe da schon mal was vorbereitet wenn wir den roboter noch weiter zerlegen wollen dann drehen wir den noch mal auf den rücken und sehen vorne am bumper jede menge schrauben ist nervig aber sie müssen dummerweise raus wenn wir das getan haben dann gibt es hier unten so ein plastikring den man abnehmen kann und jetzt ist der mehr oder weniger lose und lässt sich dann ein bisschen nach oben und nach vorne raus holen muss man aufpassen zu diesem sensor oben ist dann kabel drin das ist im roboter selber eingesteckt also nicht einfach wegreißen und das kabel oder stecker kaputt machen sondern ein bisschen vorsicht walten lassen als nächstes dann auf der oberseite auch mal sämtliche schrauben rausholen danach lässt sich auch die schwarze platte dann abnehmen es bleibt übrig im teil vom mainboard und das bedienteil in der mitte wobei dieses bedienteil auch nur lose drauf liegt da hat es ein paar arretierstifte aber ansonsten kann man das einfach hochheben übrig bleibt das mainboard nicht viel zu sehen und ja das mainboard kann man auch noch ausschrauben darunter ist aber nicht mehr viel wir haben nur noch die ganzen verkabelung und halt ein paar vereinzelte sensoren zum beispiel nach vorne raus die optischen oder solche sachen aber alles üblicherweise gesteckt so ich denke wir haben grob verstanden wie der so ein roboter hier funktioniert und wie man hier dieses modell auseinander bauen kann wenn man mal irgendwo dran muss es gibt aber eigentlich nur ein teil wo man dran muss wenn man damit ein bisschen unfug treiben möchte erinnert ihr euch an diesen service port den ich eben erwähnt hatte naja das einzige was man dafür machen muss ist diese blende einmal nach oben ausklipsen das heißt sonst muss man da gar nichts machen und ich sagte ja schon da gibt's doku wenn wir nämlich mal online gucken da findet man hier von 2005 die roomba serial command interface SCI specification das ist ein komplettes pdf dokument zehn seiten zwar nur aber alles wichtig ist drin unter anderem halt auch wie dieser stecker aufgebaut ist oder die buchse in dem fall eher was wir hier nämlich bekommen das ist einmal direkt die batterie unregulated das heißt also irgendwie 12 14 volt in hier dem fall wir haben ein ground dann haben wir ein rx und tx überraschung eine serielle schnittstelle allerdings wo man aufpassen muss fünf volt ja die haben auch pull up auf fünf volt auf der tx leitung das heißt also direkt ein esp dran schließen offiziell keine gute idee und last but not least haben wir noch ein device detect input active low was man damit machen kann ist wenn man den gegen ground zieht dann schaltet man das ding ein das heißt also wenn er aus ist kann man den so auch wieder anbekommen auch eventuell eine sache die man ab und zu mal braucht und ja wir haben jetzt eine serielle schnittstelle was können wir denn da machen es gibt jede menge befehle unter anderem so dinge wie spot oder clean starten das heißt also man kann dem ding sagen hier fang mal an zu reinigen aber es sind auch andere sachen da zum beispiel drive kann nämlich die beiden räder per hand steuern das heißt man könnte hier mit zum beispiel das ding halt fernsteuern auch die anderen motoren das heißt also wie wir sehen können main brush vacuum inside brush die können wir hier auch ansteuern leds und song ja tatsächlich wir können hier lieder drauf spielen wir haben lediglich noten es gibt keine instrumente kein mp3 oder irgendwas muss tatsächlich noten dahin schicken mit längen das ist auch sehr interessant weil die duration ist specified in 1 64 einer sekunde macht musiktechnisch sinn aber ist ein bisschen seltsam auf den ersten blick und auch sehr limitiert es gibt nämlich lediglich maximal 16 songs mit 16 noten pro song also nicht unbedingt viel was machen kann aber interessant dass das halt hier über die serielle schnittstelle möglich ist und natürlich man kann sämtliche sensoren abfragen man kann stocking initiieren da ist eine menge drin der stecker selber ist auch mehr oder weniger genormt das ist ein 7 pin mini din ich habe jetzt aktuell keinen da aber ich habe was anderes da was funktionieren dürfte und 5 volt kann nämlich einfach nur einen seriell auf usb wandler muss natürlich aufpassen dass man nur ground rx und tx anklämmt vcc bitte nicht ich habe ja eben gesagt das ist irgendwie die batterie spannung mit 14 volt man sollte also immer vorher genügend koffein zu sich genommen haben und wach genug sein um das nicht zu tun ansonsten gibt das löscher im chip ask me how i know aber ja wenn wir das dann haben dann können wir da tatsächlich hingehen und befehle hinschicken oder unfug mit treiben warum das ganze naja eigentlich geht es mir darum das ding hier in den home assistant über wlan oder ähnliches reinzukriegen so dass ich den clean cycle starten kann hintergrund der hier wurde ausgemustert sollte eigentlich entsorgt werden aber naja wir haben da so ein space und space ist groß hat viel boden und irgendwie leute die da drin sitzen haben wenig lust den boden sauber zu machen da ist so ein roboter natürlich eine willkommene hilfe zumindest mal so den groben drecken bis in den zaun zu halten dass man nicht so oft putzen muss eigentlich ist hier der roboter damit vollkommen überfordert zum einen habe ich die dumpfe befürchtung dass hier der roboter nicht für so eine große fläche ausgelegt ist und zum anderen dass hier ist hart boden also besser wäre wahrscheinlich etwas was dann auch noch eine reinigungsfunktion hat mit einem wischmop und wasser und so weiter aber die die wirklich dann auch einen motor dafür haben und eine station zum leeren weil große fläche und so da reden wir mal schnell von so 1000 euro für einen neuen roboter und nee sorry wir probieren es erstmal mit dem hier und ja das ist halt mein ziel hier für den umbau am ende hier in den esp drauf zu haben der mit home assistant spricht und dann in der lage ist zu sinnvollen zeiten die reinigung zu starten denn realistischerweise man möchte nicht reinigen wenn leute da sind das heißt also die abfrage sollte schon mal da sein man will aber auch eventuell nicht irgendwie nachts um vier den roboter loslaufen lassen die nachbarn die könnten das nicht so tolle finden dafür aber wie gesagt ein level shifter der ist noch nicht da also musste ich mich anderweitig beschäftigen und beschäftigt habe ich mich denn erinnert ihr euch daran dass ich gesagt habe das ding kann irgendwie töne spielen naja eventuell habe ich da mal ein bisschen rum gebastelt es gibt nämlich online da ein tool von alex you der hat mal was geschrieben um midi dateien für m 300 speaker code für 3d drucker zu konvertieren jetzt haben wir keinen 3d drucker aber so ein stepper motor der kann halt auch nur eine note das heißt hier ist schon mal die ganze logik drin so eine midi datei für die die midi nichts sagt das sind im prinzip audio dateien aber es ist kein audio drin sondern einfach nur die info diese note so lange ist stark vereinfacht der hier der macht das schon mal runter auf so einen ein instrument und so weiter mit noten ist vier jahre alt ist nicht viel passiert ich habe dann einen neueren fork gefunden der irgendwie dann hier von ethical hacker 71 92 noch mal ein bisschen angepasst wurde und auf der basis bin ich dann eventuell hingegangen und habe dann die die codes für 3d drucker ersetzt gegen etwas was dann hier den rumba noten und so weiter entspricht wenn wir oben gucken ich habe hier einfach die tabelle mir geholt aus der pdf und dann die note mit der frequenz drin steht und der versucht das dann so pi mal daumen zu matchen einziges problem erinnert ihr euch daran dass wir nur 16 töne haben in einem song deswegen gibt es auch noch einen player der geht einfach nur hin und schickt 16 noten jeweils am stück zum roboter rüber spielt die ab und wenn das durch ist pi mal daumen dann lädt er die nächsten 16 hoch und spielt die ab so wird das ganze nach und nach gestreamt das ist noch nicht ideal weil hier teilweise sleeps drin sind die dann zu verzögerungen führen wenn er nachlädt das kann man alles noch optimieren was ich zum beispiel noch gucken wollte ist dass er den nächsten noten schon mal hoch lädt und nur den play befehl dann verzögert aber prinzipiell können wir hier mit jetzt midi dateien konvertieren das heißt wir können uns hier einfach mal eine midi holen die ich irgendwo her habe suchen uns ein bisschen was aus es gibt eine preview funktion da kann man schon mal gucken ob sich das zumindest mal so von den melodien grob richtig anhört und wenn wir das dann an roomba schicken dann kommt musik raus ja und wer jetzt alt genug ist diese melodie auswendig mit summen zu können ihr habt zu viel zeit am rechner verbracht und ihr könnt gerne mal in den kommentaren schreiben ob ihr es tatsächlich gewusst habt wo dieser ton hierher kommt prinzipiell würde ich sagen ja ich glaube der unfug hier läuft ich habe meine zeit jetzt erfolgreich totgeschlagen und beim nächsten mal bringe ich dann auch einen pegelwandler mit dass wir mit dem esp zeug weitermachen können und gucken ob wir den in home assistant kriegen und ja so lange muss ich dann hier per hand den ein ausschalter drücken das ding laufen lassen aber immerhin nachdem ich jetzt hier irgendwie mal alle sachen gereinigt und getauscht und was auch immer habe kommt zumindest ein bisschen was an dreck zusammen der jetzt nicht mehr sich hier in der ganzen bude verteilt sondern dann richtung mülleimer befördert wird und wenn auch nicht automatisch würde ich sagen dass der hier das tut was er soll ist so 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 Amen.